Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warship und der lädt heute ich weiß heute nicht was los ist hier mit meinem Internet irgendwie ist das voll lahmarschig ach mal schauen ob das was wird mit den Spielen heute 6 7 ich hab ja 8 Chivis und dann würfel ich mal gehen wir gleich ins Gefecht also was ich über den 3 geholt hab glaub ich gestern schon gesagt ja ich denk mal schon dann würfel ich mal und schauen was kommt eine 8 8 war der letzte das war der Deutsche dann Gefecht starten gleich reingehen Prozent wir spielen mit Kolberg Kolberg wer ist ein Kolberg wo ist Kolberg Kieler da sind wir der rote Handmann und das ja da brauchen wir bis zu so verspricht manche zeigen oder nicht ach warum lädt das so lange wir sind aber bestimmt schon alle am fahren und und ja da es geht los in fünf Sekunden So, wir müssen die grüne Flagge verteidigen und die rote einnehmen. Ich würde mal sagen, ich fahre zu der roten Flagge. Ich probiere ein bisschen Action zu machen. Mit denen habe ich jetzt noch gar nicht gespielt. Weil ich hatte gestern keine weitere Zeit gehabt, um die anderen Schiffe alle durchzuspielen. Auch die, die ich mir neu gekauft habe. Deswegen, mal gucken, was jetzt hier so passiert mit den Chivis. Weil der, glaube ich, drei Schiffe nicht gekauft hatte. Der Deutsche, der Japaner und ich glaube, ein Amerikaner war das. Naja. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Ich würde mal sagen, wir verstecken uns hinter einer Insel. Das ist ein Schlachtkreuzer irgendwo. Und ein normaler. Oh, da, da war es. Da war ein Opfer gefunden. Was ist das? Oh, da war es auf Steuerbord. Oh, voll reingefahren. Höllenbruch, Wasser dringt schnell ein. Ah, da vorgeschossen. Ach, der nächste ist einfach nicht vor. Schnell weg hier. Die beschießt mich ja. So. Die gehen rüber. Und. Die gehen wieder nehmen. Ach, noch getroffen. Na gut, okay. Und wir haben wieder gesehen. Mein Internet kackt mal wieder so ein bisschen ab. Ich nehm schon mal die Würfel. Mach das nächste Gefecht bereit. Und das ist die 6. Da haben wir 5, 6 der Japaner. Tenryu. Wie spricht man das aus? Tenryu. Was für eine Art von Schiff war das? Ach, ein Kreuzer. Zerstörer. Oh, Rucksackträger. Schlachtschiff. So, dann wollen wir mal schauen. Na ja, okay. 30 Sekunden haben wir noch. So sieht das Schiff aus. 1, 2, 3, 4 Kanonen. Und. 6 Torpedos. Gut. Und wieder gleich. Strecke. Und verteidigen. Boote zerstören. Dann wollen wir mal auf Gefechtsstationen. Viel Glück allen. Verstanden. Kommen Ihnen zur Hilfe. Machen wir Ihnen das Leben schwer. Ich mach auch mal was da an. Dann mach mal F8. SOS. f7 negativ f3 und f4 f4 ist vielen dank vollamtsbeam hier 2 hast du ja nix 1 1 ist ok 3 so am horizont von streit kräfte gesicht und wieviel ok ok so so Ich finde gar nicht schießt. Flugzeug? Freu nicht. Oh, treffe ich den ein? Ne, ich glaube, ich muss noch vorbeigehen. Mies. Oh, ich glaube, ich... Ich treffe, glaube ich, unser eigenes Schimpchen, oder? Ja. Ich will schnell wegpannen, ja. Oh. 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 Was haben wir hier noch beschossen? Ok... Gut zu wissen, dass ich so begehrt bin. Und das Internet kackt hier mal wieder ab. Kann bei dieser Diashromo spielen. Oh, ich habe eins zerstört. Gegnerischer Kreuzer zerstört. So, jetzt ganz schnell nach oben. Ah... Alle Kräfte benötigen Deckungsfeuer. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich spazke dich jetzt. Und der ist außer Stärkung von uns. ich will nicht nach vorne vor uns war immer so schnell kaputt ich habe die führung übernommen So I missed! Ich kann ihn mal lenken. Ja. Schnell reparieren. Ok. Das Gegnerische Team hat die Führung übernommen. Haben sie auch gerade schon mal. Wie oft können sie noch die Führung übernehmen? Ja. Los geht es! Telefon pensem. Auf Steuerbord! nein es leckt schon wieder, das gibt es doch nicht ach Mensch zum Hafen gleich noch ne Runde ach ne das reicht das reicht für heute Gefecht verlastet, jawohl oh der Deutsche hat gewonnen nicht gewonnen ist doch ein Gefecht, der auch noch na gut ok ich hab euch dann die Runde gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video dabei seid bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen tschüss tschüss